Wir fanden das nicht, wir sehen uns, dass wir uns mit dem Wörzböck. Wir haben den Abend aus dem Kabel, der Heierruhr, und wo ich mit allen, die war eigentlich los. Sog dabei, wir uns noch abgefahren, so einfach zu. Wir sind für alle, wo man in Wörzbüttel bohrt. Egal, auf den Boden, wo geht's los, auf den Boden. Wenn du willst, dann geht's die Bordelwein von der Hand. Wenn du willst, dann geht's mir nicht nur der Schraubenhof. Doch es geht nur einfach, wenn es vor dem Wörzbüttel war, du hast den Schraubenstrauen. Es geht ja voll ab. So, YouTube, ich komme nochmal. Es flinkt ja durch. Ja. Bleib auf Rippen, bleib auf Rippen, Stolzbüttel. Dankeschön, das war so eine wunderbare Show ohne Rassismus und ohne Courage. Stolzbüttel, besucht euch gerne wieder. Und bedankt euch sehr herzlich, dass ihr heute hier sein dürftet. Dankeschön. Okay, also, wie gesagt, es gibt verschiedene... ... ...